In der Schafuser BBC-Arena begrüßte die Schweizer Handball Nazi Stargasten. Der ehemalige deutsche Nazi-Gaali Henning Fritz hat während zwei Tagen die helvetischen Goals geschliffen. Ich habe versucht, die Schwerpunkte zu legen, gerade bei Würfen von aussen. Da es eine technisch sehr anspruchsvolle Position ist, auch wenn man denkt, dass es nicht so viel Bewegung bedarf. Von daher haben wir versucht, die Videoanalyse mit reinzunehmen. Worte sind immer das eine, wo man vielleicht eine Vorstellungskraft von hat. Aber wenn man sich selber auch noch auf dem Bild sieht und dann auch noch gewisse Phasen bei der Wurfabfolge erkennen kann, dann ist es für den Torwart etwas einfacher zu erkennen, was ich meine. Da kann man Details einfach besprechen und ich glaube, dass wir da einen kleinen Schritt vorangekommen sind. Die beiden, die davor haben dürfen profitieren, sind Aurel Bringolf und Andreas Portmann. Sie haben im Training mit dem weltbesten Handballer aus dem Jahr 2004 alles gegeben. Sehr gut, sehr eindrücklich, lehrreich, aber auch hart. Natürlich, wenn einer auf dem Niveau gespielt hat, Weltmeister wurde etc. Was er alles geleistet hat, das ist ganz klar ein Vorbild. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Ebenbild von der Grösse her. Aber es ist unglaublich, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Das haben wir nicht all den Tag und das ist für uns eine super Gelegenheit, jetzt viel mitzunehmen. Mitgegeben hat der Henning Fritz auch ganz grundsätzliche, aber entscheidende Sachen. Man versucht mit Bewegung, mit Mimik und Gestik den Gegner natürlich ein bisschen zu beeinflussen. Am Ende ist es ein Wettkampf und ein Spiel. Da versucht man Mittel, die im Rahmen der Legalität stehen, zu nutzen und den Gegner in irgendeiner Form zu manipulieren. Alle, die in den Regeln akzeptiert werden, haben wir angesprochen und da gilt es jetzt für den Einzelnen daran zu arbeiten. Das nächste Spiel steht für die Schweizer Nazi am 26. April auf dem Programm. Dann trifft das Team von Rolf Brack im Testspiel auf Deutschland.